Hallo Leute, seit 11 Tagen ist meine Winterpause vorbei und bevor die Frühlingspause anfängt, wollen wir noch ein bisschen was schaffen. Nein, Spaß beiseite, es gibt keine Frühlingspause, wir ziehen durch. Okay, aber was genau habe ich eigentlich vor? Und darum geht es in diesem Video, was ich die nächsten Wochen, Tage, Monate vorhabe. Und da fangen wir an bei meiner Wunschliste. Da habe ich einiges abgearbeitet. Das war die Wunschliste für 2021 und wir werden demnächst eine Wunschliste für 2022 starten. Dazu werde ich demnächst ein neues Video hochladen. Vielleicht schon nächste Woche, mal schauen, wie ich denke. Ich möchte aber aus dieser Wunschliste möchte ich noch mindestens eine Sache machen. Und deswegen lade ich die neue Wunschliste noch nicht hoch. Und zwar habe ich ja alle mit Herz versehenen bereits abgeschlossen. Das sind schon einige. Manche Wünsche habe ich nicht bearbeitet. Aber das ist nicht so wild, denke ich mal. Mir ist da mal einer ins Auge gestochen. Angeln wie bei Link's Awakening. Neun Likes hat er bekommen, sogar ein Like von mir. Möchte ich unbedingt machen, wird aber definitiv mindestens einen kompletten Stream kosten. Und der wäre diesen Samstag um 21 Uhr. Da würde ich Angeln wie bei Link's Awakening versuchen umzusetzen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber hey, life is life. Wird lustig. Denke ich mal, ihr werdet scheitern sehen. Aber ihr werdet auch Erfolge sehen. Und sicherlich sehr neue Sachen lernen. Angeln wie bei Link's Awakening. Ich denke mal, jeder hat das schon mal gesehen, der sich so ein bisschen mit The Legend of Zelda auskennt. Aber für alle anderen können wir das Ganze jetzt einfach mal kurz zeigen. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Da wirft man die Angel aus. Und dann schwimmen da die Fische hin und her. Und man kann versuchen, diese Fische zu fangen. Also das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert, denke ich mal. Und das könnten wir hinkriegen. Diesen Samstag um 21 Uhr versuche ich, dies live umzusetzen. Sicherlich nicht ganz so hübsch. Aber es geht ja hier auch nicht um die grafische Umsetzung. Na komm raus, Fisch. Komm, 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 komm. Ja, okay. Es geht ja nicht um die grafische Umsetzung, sondern um die spielerische Umsetzung. Ich denke mal, die grafische Umsetzung. Da können wir uns auch ein andermal drum kümmern. Oder ihr selber. Gut, aber zurück zum eigentlichen Thema. Nämlich zum RPG Maker Thema. Und da haben wir dann auch noch die Woche die RPG Maker Unite Ankündigung gehabt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Da möchte ich auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate, je nachdem wie News zu mir reinkommen, möchte ich auf jeden Fall dann auch neue Infos mit euch teilen in Videoform. Dazu habe ich auch eine Umfrage gemacht gehabt und die läuft auch noch. Könnt ihr in meinem Community Tab in meinem Kanal finden oder in der Videobeschreibung hier unter dem Video verlinkt. Und da könnt ihr dann abstimmen. Aktuell sind eigentlich die meisten über 50% relativ positiv eingestimmt. Und nur 11% bzw. 15%, wenn man noch das mit dem Müll dazu zählt natürlich, sind eher negativ. Finde ich, ist schon mal sehr interessant und hilft mir auf jeden Fall weiter. Sind aber erst 28 Stimmen. Stimmt auf jeden Fall weiterhin ab. Jede Stimme zählt und das ist dann auch für mich interessant, weil dann auch zu wissen, wie viel Interesse besteht, wie sehr soll ich mich drauf stürzen auf den neuen RPG Maker, wenn er denn draußen ist. Das würde mich dann doch interessieren und auch im Allgemeinen ist es sicherlich sehr interessant, wie ihr den empfindet. Gut, dann habe ich noch einige andere Umfragen gemacht und das möchte ich auch auf jeden Fall beibehalten. Ich finde das mit den Umfragen relativ witzig. Ich hatte auch eine Umfrage gemacht zum Beispiel, das ist schon etwas länger her, wann das nächste Event stattfinden soll. Da hattet ihr in drei Monaten geschrieben bzw. abgestimmt, das war vor zweieinhalb Monaten oder so. Müsste dem, oder was, sogar vor drei Monaten, müsste dementsprechend demnächst eigentlich kommen. Und hier kommt die Ankündigung. Ich kündige das nächste Event an. Es wird starten am 25. März. Am 25. März wird das Ganze starten. Tragt euch den Tag roten Kalender ein. Ich werde euch aber nochmal daran erinnern. Und ab dem 25. März habt ihr wahrscheinlich dann wieder acht Wochen Zeit, ein eigenes Projekt einzureichen. Es wird wieder Preise geben, die verlost werden an alle Teilnehmer. Und ich bin da auch sehr froh, dass viele auch die Möglichkeit genutzt haben von euch, die Kanalmitgliedschaft anzunehmen und mir ein bisschen Geld zukommen zu lassen für die Preise. Ist doch einiges zusammengekommen. Alles, was ich an Werbegeld durch YouTube bekomme und alles, was ich an Kanalmitgliedschaften oder sonst irgendwelches Geld von euch bekomme oder von YouTube, geht in die Preise. Und da ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Und ich werde natürlich noch was oben drauflegen. Selbstverständlich. Also 25. März startet das nächste Event. Und am 25. März werdet ihr das Thema erfahren. Es steht schon fest, schon lange. Es steht schon lange fest. Und es ist mega geil. Also wirklich, ich habe mega Bock, da selber mitzumachen. So geil ist das, okay? Also ich habe richtig Bock, selber mitzumachen. Aber so richtig. Das wird mega geil. Also das, wirklich, Leute. Verspreche ich euch. Wird gut. Und da bin ich auch mega auf eure Projekte gespannt. 25. März. Ich kann es nicht oft genug sagen. Vergesst es bitte nicht. So. Und dann hatte ich noch eine Umfrage, was ihr zu Pommes esst. Ketchup oder Mayonnaise oder beides. Oder Bananensaft. Okay. Haben erstaunlich viele gewartet. Bei 30 Stimmen war es tatsächlich genau 25%, 25%, 25% und 25%, wenn ich mich recht entsinne. Und dann kam noch eine Stimme für Mayonnaise und eine für Bananensaft dazu. Ich persönlich hätte für Ketchup abgestimmt. Rechnet da also auch nochmal eine Stimme drauf. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Aber ich hätte noch für Ketchup abgestimmt. Gut. Stimmt auf jeden Fall noch bei der Umfrage zum RPG Maker Unite. Macht da noch bei der Umfrage mit. Und wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall das Video auch noch dazu an. Und diesen Samstag, 21 Uhr, wird dann hier Angeln wie bei Links Erwaggingen gemacht. Die nächsten Wochen kommt drauf an, was ich streame, je nachdem wie weit ich mit dem Angeln bin. Das würde ich auf jeden Fall fertig machen. Also diese Woche Samstag werde ich streamen ab 21 Uhr und vielleicht auch nochmal nächste Woche Samstag ab 21 Uhr, wenn ich nicht ganz fertig geworden bin. Da schaue ich einfach mal. Oder vielleicht auch einfach mal unter der Woche, da schauen wir einfach mal. Denn nächste Woche würde ich nämlich gerne mit Elden Ring anfangen und auch ein bisschen was zu Elden Ring streamen. Und auch andere Sachen möchte ich dann die nächsten Wochen und Monate streamen. Einfach mal ein paar Spiele von euch oder halt wieder Live-Tutorials etc. pp. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. Jeden Samstag, 21 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich jetzt streamen. Und auch unter der Woche vielleicht mal, aber ohne Ankündigung, ohne alles, hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Gut, tschüsseli, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis Samstag, nicht vergessen, 21 Uhr, jeden Samstag hier auf meinem Kanal.